Die letzten Tage habe ich in dieser Hütte verbracht. Ich habe ein wenig Nahrung gefunden und fühle mich besser und gestärkt. Der Füllring ist jetzt da und endlich geht die Kälte aus meinen Knochen. Jetzt noch einen Schluck Wodka und der Tag wäre perfekt. Ich habe mich entschlossen, bevor wir nach Customs zurückkehren, nochmal ins Einkaufszentrum zurückzukehren. Bessere Ausrüstung schadet nie. Schön dieses Vogelgezwitscher. Wir müssen hier schnellstens sein. Wir sind hier ganz offen. Ich wollte eigentlich frühmorgens ankommen, wo mich die Dunkelheit noch ein bisschen geschützt hätte. Aber leider habe ich es unterschätzt, dass ich doch länger hierher brachte. Ich musste mich von zwei Patrouillen verstecken. Okay, jetzt sind wir natürlich nicht in den Tiefgaragen. Das ist schlecht. Was ist denn hier weg? Scheiße, Mann. Ich kann mich noch erinnern, hier war doch irgendwo auch eine Apotheke. Alles leer. Hat sie vielleicht noch was zu essen. Oh ja, ein Hotshot, der noch voll ist. Ist nix. Ist auch nix. Ein bisschen zu essen, sehr gut. Aber das klappt. Okay. Der Generator läuft auch noch nicht lange. Hoffentlich kommt der Besitzer die Gitarre nicht zurück. Wir gehen jetzt zur Apotheke. Keine Schüsse. In der Waffenkiste. Oh Gott, ein blauer Helm. Ne. Den setze ich nicht auf. Auch wenn die versucht hat uns zu helfen, haben sie eigentlich alles hier noch verschlimmert. Oh ja klar, dass hier schon alles geplündert ist. Oh, hier ist noch ein tatsächlich. Oh Gott, irgendwas gehört. Ich nehme sie bei mir. Vielleicht auch zwei. Ich nehme sie bei mir. Ich nehme sie bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie vermuten, dass sie mich auch gehört haben. Vielen Dank. Schnelle Entdeckung hier. Vielen Dank. Ich kann nicht immer machen. Wenn ich doch noch Kippen dazu hätte. Das sind die Versorgungszelte. Vielleicht haben wir hier Glück. Ich sehe da drin Milch. Ich sehe da drin, ich sehe da drin, ich sehe da drin. Das war's für heute. Okay, das war mal ein Einfall bis auf die Milch. Okay, das war's für heute. Alles Sachen, die ich überhaupt nicht brauchen kann. Das Glück ist mir heute nicht toll. Okay. 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 Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ah, hier kann ich mich durchzwicken. Ja, dann raus mit uns. Wir sind angekommen im Industriegebiet. Ich habe mich jetzt mal für einfache Ausrüstung entschieden, um erstmal zu scouten, zu schauen, was los ist hier. Wir haben gleich mal Glück und ein bisschen medizinische Ausrüstung zu finden. Ne, P9. Nicht schlecht. Wir müssen hier aber weg. Ich glaube, Papas Männer sind mir auch nicht so freundlich gesonnen. Nachdem, dass ich mich immer noch nicht gemeldet habe bei ihm. Okay, fast voll das Ding. Oh, wow. 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 Mann, hat sich der angeschlichen. Fluch, du Scheiß. Mist. Mist. Die MP9 ist leer geschossen. Ich nehme die Toll smit. Okay. Okay. Und jetzt. Ich habe die Hüte. Oh, wow. Oh, wow. luchte scheiße man wenn man sich auf seine knifften einfach nicht verlassen kann wenn man sich auf seine knifften einfach nicht verlassen kann sehr gut ich habe mich tatsächlich gejagt ich habe mich nicht verlassen ein bisschen geld auf jeden fall mit die blendkerne hat den immer mit okay die tos lassen wir jetzt mal hier ich habe mich nicht verlassen Okay. So, jetzt diese Verstücke. Sehr gut, was zu essen. So, jetzt diese Verstücke. Oh, shit. So, jetzt diese Verstücke. So, jetzt diese Verstücke. Scheiße. Sicher PMCs. Okay. Okay. Scheibenbar ist es nur einer. Okay. 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 Ich fand also wirklich eine gröbe Schlachtstadt. Okay. 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 Das war's. Jaaah!